Oh, es ist morgen! Oh, vielleicht bin ich früher als Epic wach und kann ihn aufwecken. Moment mal, Zimmer sieht eigentlich noch ordentlich aus. Den Kleiderschrank kann ich immer zumachen. Und wir haben heute einen richtig schönen Sommertag in unserer Stadt, die super, super schön aussieht. Wir haben hier ein Riesenhaus, aber ich wecke jetzt erstmal Epic auf. Dann gibt es natürlich auch noch eine Haustour. Moment mal, und schläft er noch? Er schläft noch! Epic! Aufstehen! Ja, Gott! Guten Morgen! Hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut. Sehr gut. Hast du Minecraft gespielt heute Nacht? Ja. Echt? Hast du gewonnen? Was hast du gespielt? Ich habe fast gewonnen. Oh, sehr gut. Okay, also heute ist ein richtig schöner Tag. Hast schon rausgeschaut? Wahrscheinlich nicht. Wir haben wirklich super Wetter und wir können hier vielleicht mal heute ein bisschen in der Stadt rumlaufen. Und vor allen Dingen, wenn es so schön ist, wir haben neben unserem Riesenhaus einfach einen super großen Strand. Ja, da kann man auch ein bisschen was machen. Hier ist unsere Katze, das ist die Mini. Da können wir auch mal gucken, dass wir ihr vielleicht noch was zu essen geben. Und das ist unsere schöne Küche, aber ich glaube, unser Kühlschrank ist richtig leer. Wir sollten unbedingt zum Markt gehen und uns was zu essen holen. Und hier seht ihr unser Riesenhaus. Das ist alles unser Kunststück. Auch hier vorne der Private Beach. Alles uns, uns, uns. Sogar mit dem kleinen See hier vorne. Es ist super schön. Und unser Dorf ist auch wirklich super, super schön. So, also Gemüse, Obst, was möchtest du? Gemüse? Ja, vielleicht gibt es hier sogar ein paar Nudeln. Hier gibt es Eis. Eis, das wäre auch gut. Aber hier vorne ist erstmal der Gemüsestand. Hallo, guten Morgen, Ava. Guten Morgen, ihr zwei. Was kann ich euch heute Frisches geben? Äh, ich weiß nicht. Können wir, können wir selber mal gucken? Nicht einfach so mal gucken. Ey, jetzt kommt Gurken. Können wir selber schauen? Ja klar, schaut gerne erstmal rein. Ihr könnt mich anschließend bezahlen. Okay, Mais ist nice. Dann nehme ich mal fünf Mais mit. Oh, fünf, fünf Äpfel. Ja, komm, wir machen mal zehn Äpfel. Ein paar Kartoffeln für vielleicht Abendessen. Dann nehme ich nochmal sieben Stück mit. Und was gibt es hier? Gurken. Dann können wir noch einen Salat machen. Mit ein paar, ja, Salatblättern. Okay, und noch Tomaten in den Salat. Okay, also Ava, wir haben fünf Mais, zehn Äpfel, sieben Kartoffeln, zwei Gurken, zweimal Salat und zweimal Tomaten. Tolle Auswahl. Damit kann man köstliche Gerichte zaubern. Das macht zehn Gold. Gar kein Problem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, das können wir alles einlagern. Du hast jetzt nichts mitgenommen, oder? Äh. Äpfel. Ich hab noch ein bisschen Mais noch mehr. Noo. Noch mehr Tomaten. Ich glaube, wir können ja beim nächsten Mal ein bisschen mehr Trinkgeld geben. Und vielleicht, ja, ist das dann gegessen. Ich hoffe es zumindest. Okay, schnell einlagern, schnell einlagern. Ich meine, wir sind gute Kunden. Ja, das stimmt. So, okay, also erstmal in den Kühlschrank und dann geht's ab an den Strand. Das kommt alles hier rein. Die Tomaten kommen hier auch noch rein. Perfekt. Oh mein Gott, wie viele Tomaten hast du mitgenommen? Wie viele? Hä, Moment mal, was hast du denn? Du hast jetzt super viel mitgenommen. Ja. Okay, vielleicht sollten wir doch ein bisschen mehr Geld da lassen das nächste Mal. Wir geben ihr großzügiges Trinkgeld. Ich kann hier auch noch ein bisschen Gold vorbeibringen. Willste? Ja, ich geb ihr mal mein letztes Gold noch vorbei, ja. Okay, dankeschön. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unsere Liegen hinterm Haus. Wie gesagt, der Strand gehört nur uns. Ich weiß gar nicht, wie wir so viel Glück haben können, dieses Haus zu besitzen. Sogar mit Sprungbrettern. Wir können die sogar ausprobieren. Ich kann nämlich sogar da drauf springen. Und damn. Sehr, sehr gut. Okay, einmal nochmal nach oben. Ich glaub, wir könnten auch mal gucken, wer Puder springen könnte. Raust du dich von ganz oben? Nee. Ja, doch. Vielleicht schon. Komm, mach, 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 mach. Oh, oh. Das ist schon ein bisschen hoch insgesamt. Ja, ist hoch, aber geht's. Und, oh, oh. Und ich will einen Kreisel ziehen. Und. Oh, sehr gut. Dann mach ich nochmal das mittlere. Okay, okay, okay. Und es geht nochmal ab nach oben. Und einfach rein. Und. Sehr gut. Sehr lustig. Wir könnten sogar hier mal anfragen, ob wir sogar noch einen Pool oder sowas uns bauen könnten. Oh, das wäre schön. Dann hätten wir vielleicht sogar in den Wintermonaten, ja, vielleicht sogar was Beheiztes. Eigentlich ganz nice. Okay, also. Was können wir heute sonst noch machen? Moment mal. Epic? Ja. Seit wann haben wir einen Briefkasten? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Und, Moment mal, da ist richtig doll viel Post drin. Was ist da los? Der ist voll bis oben hin. Moment mal. Mahnung. Mahnung. Tatsächlich. Ich habe Mahnung 2 und 3. Liebe Katta, bislang habe ich leider noch nicht die Miete für den nächsten Monat bekommen. Warte mal. Du solltest doch die Miete bezahlen, oder? Ich dachte, du zahlst sie. Ich dachte, du zahlst die Miete. Ich weiß nicht, was wir alles haben. Was soll das denn bitte für Mahnungen? Waren das alle? Ja, das waren alle. Moment mal. Könnt ihr mir diese in den nächsten 14 Tagen überweisen? Zuzüglich einer Versäumnisgebühr von 100 Gold. Grüße, die Wohnungsgesellschaft. Moment mal, Epic. Sind das alles Mahnungen? Ich dachte, du zahlst sie die Miete. Nein. Ich dachte, du zahlst sie die Miete. Oh mein Gott. Wir hatten die Miete nicht gezahlt über den ganzen Zeitraum. Und ich habe gerade mein letztes Gold ausgegeben. Ich habe 64 und 54 Gold übrig. Warte mal. Mahnung 2. Lieber Epic, liebe Katte. Ein weiterer Monat wurde nicht bezahlt. Zuzüglich Versäumnisgebühr solltet ihr uns 1300 Gold überweisen. Was ist da los? Okay, das ist die Mahnung 2. Ist das hier Mahnung 3? Ah ne, das war Mahnung 3 wahrscheinlich. Ja, Mahnung 3. Sehr geehrter Epic, sehr geehrte Katte. Es sind nur drei Monate vergangen. Die Versäumnisgebühr steigt stark. Bitte überweisen sie uns unverzügig. 2.000 Gold. Die Wohnungsgesellschaft. Epic, das geht ja immer weiter. Wie hoch sind unsere Schulden? Ich weiß nicht. Die haben einfach gar keinen Bock mehr richtig zu schreiben. An Epic und Katte. Schulden 3.000 Gold. Die Wohnungsgesellschaft. Oh nein, es geht immer weiter. Schulden 5.000 Gold. Was ist denn da los? Moment mal. Oh, Mahnung 8. Warte, was ist das? Mahnung 7. Mahnung 6. 10.000 Gold. Oh, was ist das denn? Epic, das können wir niemals zahlen. 7. 100.000 Gold. Das können wir niemals zahlen. Und dann Mahnung 8. Sehr geehrter Epic, sehr geehrte Katte. Das ist die vorletzte geltliche Mahnung. Der Schuldenstand liegt Ihnen bei 200.000 Gold. Was ist denn da los? In den nächsten 14 Tagen, keine Überweisung erfolgen, wird die letzte Mahnung ausgestellt. Epic, ich habe die letzte Mahnung hier. Oh nein. Letzte Mahnung. Die letzte Mahnung. Sehr geehrter Epic, sehr geehrte Katte. Ihre Schuld liegt bei 500.000 Gold. Was? Was? Meldet euch sofort bei der Wohnungsgesellschaft. Diese wird euch über die Kündigung informieren. Nein. Ein Zeitfenster von 10 Tagen wird euch erteilt, um auszuziehen. Nein. Wir müssen innerhalb von 10 Tagen hier ausziehen. Aber wir wissen ja gar nicht, wie viele Tage übrig bleiben. Nein. Oh oh. Das ist ja absolut nicht gut. Und vor allen Dingen, wo sollen wir denn hinziehen? Und wie sollen wir denn die ganze Miete zahlen? Also vielleicht ist ja noch irgendwie ein Haus hier übrig. Es ist jetzt gerade dunkel. Wir können heute auf jeden Fall nicht mehr zur Wohnungsgesellschaft. Das müssen wir klären. Vielleicht können wir ja irgendwie sagen, dass wir es vergessen haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht können wir uns ein bisschen entschuldigen. Auf jeden Fall. Okay, wir gehen jetzt erst mal schlafen. Mini, ich hoffe, du machst dir keinen Stress. Ja, wir gehen jetzt erst mal schlafen. Und dann gucken wir mal morgen, was die Wohnungsgesellschaft sagt. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Nicht zu viel Minecraft zocken. Oh je, das wird ja was. Oh. Ich konnte gar nicht gut schlafen. Moment mal. Höh, ich sehe dich sogar runterkommen. Hallo, guten Morgen. Epic, das ist kein guter Morgen. Das ist vielleicht unser letzter Tag hier in unserem Haus. Oh, das stimmt. Okay, wir müssen uns jetzt richtig gut benehmen, okay? Ja, ja, ja. Wir haben ja, wir könnten ja eine Fortzahlung von 64 und 54 Gold machen. Ja, ich hoffe, das klappt. 500.000 Epic. Warum haben wir nie in den Briefkasten geschaut? Ich weiß es nicht. Warum haben wir nie Miete gezahlt? Okay, okay. Wir müssen uns zusammenreißen. Zusammenreißen. Die Wohnungsgesellschaft ist hier vorne. Okay. Das schaffen wir, das schaffen wir, okay? Ja, ja, ja. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Epic hatte neun Mahnungen. Waren neun Mahnungen nötig? Ja. Ähm, wir, 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 wir haben es nicht gesehen. Wir, wir, wir wussten nichts von den Mahnungen. Und wir haben gestern vielleicht gesehen, dass, dass wir jetzt einen Schuldenstand von 500.000 Gold haben. Kann man das irgendwie, also ist das irgendwie, ähm, ihr habt uns keine Miete gezahlt. Fast ein Jahr lang nicht. Ihr besitzt das größte Haus in der Stadt. Das macht einiges unseres Einkommens aus. Ja, ich weiß, wir haben das größte Haus, aber vielleicht könnten wir irgendwie so eine kleine Anzahlung machen oder sowas. Und nicht direkt 500.000 oder wie, wie, wie ist das jetzt? Ihr müsst leider ausziehen. So sind die Vorschriften. Die Schulden müsst ihr dennoch zahlen und das pünktlich. Äh, äh. Äh, was ist das denn? Okay, ja, das kriegen wir wahrscheinlich hin. Aber wir können doch nicht, also wohin sollen wir denn ziehen? Gibt's hier ein anderes Haus oder sowas, irgendwie in der Nähe? Ich bin, um ehrlich zu sein, auch gar nicht traurig, dass ihr geht. Solche Mieter sind in unserer schönen Stadt nicht willkommen. Hey! Was soll das heißen? Also können wir nicht einfach hier vielleicht, ich meine, es gibt noch ein paar freie Häuser. Vielleicht könnten wir einfach nebenan einziehen oder sowas, weil ich mag die Stadt schon sehr gerne. Ihr könnt hier in kein anderes Haus ziehen. Ihr werdet sowieso nicht angenommen. Bitte räumt das Nötigste von eurem Zuhause raus und verlasst es sofort. Und wohin gehen wir dann? Mann, also wir brauchen ja irgendwo, wir können ja nicht auf dem Boden schlafen. Anschließend, weil ich ein netter Waschwerb bin, gebe ich euch den Tipp von mir, aus nach links zu fahren. Da findet ihr bestimmt eine Bleibe. Nach links zu fahren? Mit, mit dem Boot? Äh. Mit dem Auto? Ich bin mir nicht jetzt sicher. Warte. Müssen wir jetzt raus? Ich glaube schon, tatsächlich. Ähm, okay. Das Nötigste. Okay, Mini kommt mit. Ähm, was kommt mit? Mein Computer kommt mit. Dein Computer kommt mit. Äh, Mini, okay, dich holen wir am Ende. Minis Kratzbaum, den haben wir öfter hier. Den nehme ich mal ganz kurz mit. Ja, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ähm, wir wissen nicht, wie groß unser nächstes Zuhause wird. Ich nehme mal unser Bett mit. Und, und hier meine, meine Spielekonsole. Und meine, meine Wolle. Okay, und dann müsste ich eigentlich ganz glücklich sein. Und, unten kamen wir noch ganz nice. Ja, und, und vielleicht eine Lampe. Okay, und ich glaube, den Rest kann ich hier lassen dann. Vielleicht geht uns das ja auch wieder so ein bisschen Geld einbringen, weil wir ja dann auch Möbel verkaufen aktiv hier. Stimmt's. Also, mitvermieten, mitverkaufen. Okay, hier kann eigentlich alles da bleiben. Hey, unsere, unsere Gemüsesachen, die haben wir fast bezahlt. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Okay, Mini, wir müssen jetzt schleunigst raus und nach, nach links fahren. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was sich dort befindet. Komm mit, Mini. Also, von der Wohnungsgesellschaft aus links. Ich weiß, wir könnten auch mal gucken am Meer, weil da haben wir auch Boote. Wir sind jetzt einfach aus der Stadt hier rausgeekelt. Mit dem Kohleneis-Stand, Gemüse-Stand, mit dem Farmer. Es ist so schön hier, Epic. Als ob wir weggehen müssen. Da ist sogar der Obst-Stand. Hallo, hallo. Hallo. Okay, wir gucken mal. Bestimmt finden wir irgendwie was anderes Schönes. Ich glaube, er meint das hier. Tatsächlich. Wollen wir Boot fahren? Wir können auch laufen. Ich glaube, für Mini ist es nicht so nice zu fahren, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Da vorne ist auf jeden Fall auch ein Steg. Das ist ja schon mal was Gutes, oder? Das heißt ja, die fahren auch mal weg. Und ich weiß nicht. Es sieht ansonsten ja ganz nett aus. Ein bisschen dunkler als in der anderen Stadt, aber ganz nett. Oh, Moment mal. Was ist das denn? Ist das Erde? Ich glaube schon. Oh nein. Müssen wir hier hinziehen? Äh, das sieht aus, als wäre hier die Stadt 30 Jahre alt. Das Rathaus? Das ist das Rathaus? Gustus, wie siehst du denn aus? Ey, das ist einfach ein Erdmännchen. Ähm, hallo. Hi, hi. Hi, Gustus. Oh, hallihallo. Was macht ihr denn hier in unserem schönen Dorf? Wir suchen eine Bleibe und Unterschlupf oder sowas. Und uns wurde gesagt, hier können wir vielleicht was finden. Also, hast du da was? Oh, ihr habt kein Heim mehr? Ja, Diddly, du. Ich glaube, ich kann da weiterhelfen. Ah, okay. Also, könnten wir hier in irgend so ein Haus einziehen? Oder wie ist das? Unser Dorf hat gerade noch Platz für euch zwei. Aber schlag lieber schnell zu. Preise steigen hier schneller als meine Laune, wenn ich Kühe sehe. Aber wenn das ja auch teuer ist, dann haben wir ein Problem. Wir können uns das nicht leisten. Ah, okay. Also, können wir uns erst mal ein Haus anschauen? Also, tatsächlich sind die Häuser, die ihr draußen seht, alle frei. Alle. Also, entscheidet euch für eins. Dann verhandeln wir. Hat er ja nicht gesagt, er hat noch gerade Platz für uns? Das stimmt. Aber anscheinend sind die alle leer. Oh. Die sind auch leer. Hier ist jedes Haus einfach leer. Okay, warte mal. Naja, wir haben ja Mini. Wir haben... Oh, ich weiß, es sieht zwar echt nicht hübsch hier aus, aber das ist das größte Haus, ne? Ja, ja. Zu zweit sind die anderen schon echt sehr klein. Dann würden wir das hier nehmen. Mini, bleib mal hier sitzen. Und entschieden. Ja, wir haben uns jetzt für das größte Haus hier entschieden. Falls das jetzt nicht zu teuer ist und eine gute Entscheidung wäre. Ich glaube, für uns ist das halt räumlich am besten. Ja, hör mal. Eine tolle Auswahl. Auch noch das günstigste. Aha. Ich habe es hier mit Stäppchengegern zu tun. Ja. Warum ist das das günstigste? Das ist doch voll groß hier. Das Haus kostet zwei Kohle im Monat. Es ist halt einfach das Schlechteste von allen. Aber naja, wenn es euch gefällt... Bei zwei Kohle? Das ist ja ultra günstig. Das ist gar nichts. Das ist ja richtig gut. Das kann man in zwei Sekunden abbauen und dann haben wir unsere Miete bezahlt. Ja cool, danke, Gustus. Naja, wie auch immer. Unser schönes Dorf wird euch gefallen. Vor allem die heiße Quelle. Die müsst ihr besuchen. Und unseren tollen Strand. Dankeschön, Gustus. Danke. Miete wird pünktlich kommen. Keine Sorge. Okay, wir richten erstmal kurz ein mit allem, was wir haben. Mini bekommt natürlich hier einen kleinen, ja, Kratzbaum. Mein Bett kommt mal hier hin. Das ist unser Fernseher. Dann habe ich hier noch meine Wolle und meine Lampe und meine Spielekonsole und meinen Kamm. Das ist so meine Ecke. Okay, hast du nichts mitgenommen? Nein, ich habe nur den Fernseher mitgenommen. Nein, du hast nicht nur den Fernseher mitgenommen. Och, epic. Okay, okay. So, er hat fast von einer heißen Quelle gesprochen. Stimmt. Und hier ist sogar noch jemand anderes. Hallo, wer bist du denn? Und, ähm, Mensch, hallo Deki, neue Nachbarn. Willkommen, die Lidu. Wie schön, wo wohnt ihr denn? Im größten Haus jetzt. Da, 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 genau. Wir sind gerade frisch eingezogen. Schön, dich hier zu sehen anscheinend. Das Große. Wer will denn da wohnen? Ich meine, äh, wundervoll. Dann sehen wir uns jetzt öfter. Wo bin die Dub? Irgendwie sind die hier komisch. Äh, was ist denn da los? Ist das hier die heiße Quelle? Ich glaube schon. Warme Schmutz-Oase. Hä? Was ist das denn? Oh, das ist die heiße Quelle. Ich dachte, das ist irgendwie... Was ist das denn? Das sieht alles nicht so gut aus. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das ist doch keine heiße Quelle. Ich werde hier eingezogen, Epic. Gacha, pass auf. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Ich rede dich. Ah, ich muss hier raus. Moment. Nein, die heiße Quelle läuft. Die warme Schmutz-Oase zieht mich ein. Ich komme hier nicht mehr raus. Tschüss, Epic. Warte, ich hatte Leiter. Du hast eine Leiter? Oh, sehr gut. Schnell, 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 schnell. Huh, hi, huh, ha. Okay. Was ist da denn los? Da gehe ich definitiv nicht mehr rein. Oh, oh. Äh, äh. Ich stinkste. Und der Strand sieht ja wenigstens schön aus. Oh. Äh, der sieht absolut nicht schön aus. Da ist so ein Rohr, da kommt es raus. Tatsächlich, das ist einfach Dreck oder Müll. Äh. Oh, Mann. Warum müssen wir jetzt hier wohnen? Oh, Mann. Naja, wir müssen uns dran gewöhnen. Das ist unser neues Zuhause, dass du nicht dein eigenes Bett mitgenommen hast. Nein, ich schlafe hier. Nein, du kannst auch hier schlafen. Oh, ja. Ich gebe dir meine linke Seite ab. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gute Nacht. Uh. Guten Morgen, Katja. Also, geschlafen habe ich eigentlich ganz gut. Ja, es ist halt immer noch nicht sonderlich schön hier. Aber ich glaube, wir könnten, wenn es jetzt nicht irgendwie gegen die, ja, Dorfregeln verstößt, das irgendwann noch mal ein bisschen upgraden. Aber hey, wir hatten eine Katas Wäscheleine mit einem Hemd und einer Unterhose von jemand Fremden. Das ist ja super. Naja, wir sind selber dran schuld, Epic. Wir konnten die Miete nicht zahlen. Das wird jetzt unser neues Heim hier werden. Und ich meine, wir haben ja wenigstens einen netten Nachbarn, der immer noch kein Haus hat. Und jeder findet unser Haus hässlich. Das stimmt. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber wir werden uns dran gewöhnen. Und dann werden wir hier bestimmt irgendwann glücklich. Wir könnten ja immer noch zum Gemüse-Stand rüberlaufen. Stimmt. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ist doch ein Daumen nach oben da. Schaut mal am Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.